Wir sind hier im Trainingscenter von Wilroy und Boch in Hallwang. Hinter mir ziehen sich die Leute den Age Explorer an. Das bedeutet, dass sie innerhalb von Sekunden um 30, mindestens 30 Jahre altern. Sie bekommen schwere Gewichte auf den Schultern, ihre Gelenke werden versteift, aus dem wird ihr Sicht und ihr Gehör eingeschränkt. Damit sollen sie quasi feststellen, wie es ist, wenn man alt hat und wie es ist, wenn man dann Toiletten und Bad benutzt. Ich glaube, ich komme noch nicht mehr aus. Es war extrem anstrengend, weil die Gewichte, die machen jede Bewegung sehr schwer und man kann sich kaum bewegen und man erkennt die Menschen nicht, mit denen man zu tun hat. Das Schwierige war auch das Gehör, dass man nur merkt, da ist eine Stimme, aber man bemerkt nicht, was die Leute zu ihm sagen. Es war wirklich sehr anstrengend und ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder weg ist. Vielen Dank. Vielen Dank.